Moin! Willkommen in Falkenberg an der Elster. Der Bahnhof in Falkenberg ist ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt. Die ausgedehnten Bahnanlagen haben dazu geführt, dass Falkenberg auch als Eisenbahnstadt bezeichnet wird. Dieser Beiname taucht sogar auf den Ortsschildern an den Straßen auf. Der Bahnhof von Falkenberg ist ein Turmbahnhof. Das heißt, dass sich hier Bahnstrecken auf zwei Ebenen kreuzen. Unten sind gerade die Regionalbahn RB 51 nach Luthersstadt Wittenberg und die S-Bahn S4 nach Hoyerswerda abgefahren. Wir sehen der S-Bahn noch ein bisschen hinterher. Von den Triebwagen des Typs Bombardier Talent 2 gibt es hier auch zweiteilige Einheiten. Glockenberg Storff An Gleis 2 steht der Regionalexpress RE 3 nach Berlin, heute als Ersatzzug aus ELOG Baureihe 112 mit Doppelstockwagen. Gleis 2 steht der Regionalexpress RE 3 nach Berlin auf Bahnhof Bied über die Wieserhof, Abfahrt 9.51 Uhr, heute als Ersatzzug. Grund dafür ist eine Verstehung aus Fondierbergabend. Abfahrt 9.51 Uhr, heute als Ersatzzug. Abfahrt 9.51 Uhr, heute als Ersatzzug. Abfahrt 9.51 Uhr, heute als Ersatzzug. Im oberen Bahnhofsteil sehen wir einen RE von Cottbus nach Leipzig. Wir blicken jetzt von der Brücke der Übigauer Straße. über die Gleisanlagen nach Norden. Rechts steht diese Denkmallokomotive der Baureihe 52. Daneben ist ein Lichtsignal zu sehen, das verschiedene Signalbilder im Wechsel zeigt. Weiter in Richtung Osten, also nach Übigau und Doberluck-Kirchhain, liegen mehrere Verbindungsgleise zwischen dem oberen und unteren Bahnhofsteil. Hier kommt eine S-Bahn von Hoyerswerda und fährt direkt zum oberen Bahnhofsteil, um von dort weiter nach Leipzig zu fahren. Der Zug pfeift vor dem Bahnübergang am Kiebitzer Weg. Und hier kommt eine S-Bahn in der Gegenrichtung. Nachdem der Zug den Bahnübergang am Kiebitzer Weg passiert hat, fährt er über die große Verbindungskurve zum unteren Bahnhofsteil. Die Kurve kreuzt hier den Kiebitzer Weg ein zweites Mal. Die Kurve kreuzt hier den Kiebitzer Weg ein zweites Mal. Die Kurve kreuzt hier den Kiebitzer Weg ein zweites Mal. Die Kurve kreuzt hier den Kiebitzer Weg. Musik 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 Im Hintergrund fährt auch noch ein Güterzug in Richtung Norden. Hier seht ihr die gleiche Stelle aus einem fahrenden Zug. Wir kreuzen den Kiebitzer Weg und fahren weiter zum unteren Bahnhofsteil. Nun sehen wir einen nordwärts fahrenden Güterzug im unteren Bahnhofsteil. Die Bahnhofsteil ist in der Bahnhofsteil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Die S-Bahn hat hier noch eine ganze Zeit auf einen verspäteten Anschlusszug gewartet. Nun fährt sie selbst mit Verspätung weiter nach Hoyasverda. Gut, dass bei der letzten Fahrt des Tages die Anschlüsse sichergestellt werden. Damit sag ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018